Hallo zusammen, schön dass ihr wieder mal auf meinem Kanal vorbeischaut. Heute möchte ich euch was zu dem Walksnail Gimbal erzählen, also insbesondere zu dem Update vom Gimbal, weil das aus meiner Sicht nicht so ideal gelöst ist, weil momentan weder ein Update-Tabel dabei liegt noch sonst irgendwas und gerade wer die Goggle L vielleicht auch gekauft hat, dieses schöne Stück, er wird sich vielleicht ärgern, dass im ersten Moment die Sache mit dem Headtracking einfach nicht funktioniert. Deswegen der Hinweis, bevor irgendwas mit dem Headtracking und der Goggle L funktioniert, brauchen wir ein Update auf dem Gimbal, ganz wichtig und natürlich auch ein Update auf dem VTX. Wichtig auch, es funktionieren nur die V2 VTX, V2 Single und Dual Antennen VTX und das Moonlight Kit VTX, weil nur diese drei VTX haben den USB-Anschluss an der Seite. Das ist ein 6-Pin-Stecker, bei dem bisher nur vier Pins belegt sind und die anderen zwei Pins machen das Signal zur Steuerung vom Gimbal. Das kommt dann im Prinzip mit in die freien Ports von dem USB-Anschluss, was man bisher für das Update und das Download vom Footage genutzt hat. Ja, also ich habe ein bisschen Kabel gekrimmt, ich habe ein bisschen mich mit dem Ding auseinander gesetzt, habe das Update gemacht und würde euch genau diesen Update-Prozess jetzt einmal gerne zeigen, weil das die Vorbereitung für eins meiner nächsten Projekte ist. Das werde ich dann natürlich hier auch videomäßig wieder auf meinem Kanal teilen und hoffe, ihr schaut zu und ich hoffe, es ist interessant und hilfreich für den einen oder anderen. Und ja, bisher gibt es nur diesen tollen Karton zu sehen. Es wird also etwas größer und ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß, ich hoffe, es ist hilfreich und dann machen wir jetzt am Rechner weiter mit dem Update bzw. ich zeige euch noch einmal kurz den Aufbau vom Gimbal, damit er das auch gesehen hat. So, da das Video relativ spontan ist, einmal einfach ganz kurz, ich habe mir diesen GM3 Gimbal zugelegt, wie gesagt, für das nächste Projekt, was ich in Planung habe und habe mir auch die Voxnail Goggle L geholt. Eben ganz begeistert für den Preis, kann man gar nichts sagen. Also für jeden Einsteiger, der da mal reingucken will, ich würde es empfehlen. Genau, dann habe ich mir jetzt in Vorbereitung für das neue Projekt schon so einen Mount gedruckt. Den habe ich dann nochmal ein bisschen überarbeitet, hier und da, weil die ursprüngliche Idee war von Painless 360. Also dort auf jeden Fall mal vorbeischauen, Singiverse, er hat das auch getestet. Genau, ich habe das dann ergänzt hier hinten und die Aufnahme für den USB, dass man direkt das Footage dann runterziehen kann und ich habe mir diesen Stecker, ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen, habe mir hier diesen Stecker neu gekrimmt. Eigentlich sind das zwei Kabel, aber jeder, der diesen Stecker kennt, weiß, dass der etwas fummelig ist und dass da gerne die Kontakte mal verbiegen. Also habe ich mir zu den Ports, die für das USB eh schon dran sind, noch die zwei Pins mit hier reingekrimmt für die Ansteuerung vom Gimbal. Der Gimbal wird hier an der Seite dann auch mit Strom versorgt. Die Stromversorgung läuft nicht über den VTX. Das muss man also dann je nach Modell und je nach Gegebenheit gucken, dass man hier den Strom dann extra zieht vom Akku oder vom VTX oder wo auch immer man das dann verbauen möchte. Genau, soweit mal grob zum Aufbau und jeder, der das wahrscheinlich momentan, wir haben jetzt den 23. August, also ich vermute jeder, der das aktuell gekauft hat, wird wahrscheinlich insbesondere mit der Goggle L und der kabellosen Headtracking-Funktion sich erstmal wundern, weil Goggle aktuell, VTX aktuell, Gimbal anstecken, Funktion aktivieren und es passiert erstmal gar nichts. Ich habe jetzt keinen Strom dran, aber ihr könnt mir glauben, ich habe geflucht. Es passiert nämlich erstmal gar nichts. Es ist nirgends ein deutlicher Hinweis, dass man erstmal ein Update vom Gimbal machen muss, weil ohne dieses Update bleibt das Ding einfach stumm. Genau, also die kabellose Headtracking-Geschichte funktioniert nicht. Wenn ihr natürlich über den Klinkenanschluss hier seitlich geht und dann das mit eurer Funke verbindet, dann könnt ihr das natürlich steuern, gar keine Frage. Ist aber eben nicht das, was ich möchte. Ich möchte das kabellos nutzen. Dafür brauchen wir das Update und da wieder das 3-Pin-Kabel für den Update-Port dabei ist. Also das ist dann einmal, ich hoffe, ist schwer zu erkennen, einmal dieses Kabel hier. Vielleicht besser. Schon. Ja, und man braucht auch einen FTDI-Adapter, also so einen USB-Adapter, der dann die serielle Verbindung herstellt. Genau. Wenn man die Sachen so zusammen hat, braucht man noch ein bisschen Software. Muss gucken, dass der Gimbal mit Strom versorgt ist, dann mit der USB-Verbindung an Rechner verbunden wird. Und wenn man das alles gemacht hat, dann kann man mit dem Update auch schon starten. Und deswegen würde ich sagen, soweit der Aufbau hier für meinen Test und für das Projekt später. Und dann wechseln wir jetzt mal an den Rechner. Da zeige ich euch kurz die Anwendung und wie das Update läuft. Das ist gar nicht schwierig. Es ist einfach nicht gut gezeigt bei Kitex und nicht gut kommuniziert. Das ist eigentlich alles. Genau. Dann rüber an den Rechner und wir hören uns gleich wieder. An der Stelle noch kurz der Hinweis in eigener Sache. Ich würde mich natürlich super freuen, falls euch das Video gefallen hat und es für euch hilfreich war. Und ihr dann vielleicht ein Abo für mich da lasst. Das würde mir und meinem Kanal wahnsinnig helfen. Dankeschön. Ich habe jetzt hier bereits die Firmware runtergeladen von Kitex. Den Link und alle anderen Links, die eventuell nötig sind, packe ich euch unten mit in die Videobeschreibung rein. Wir brauchen als erstes einmal hier diesen Ordner. Da sind dann die Anwendungen drin für das Upgrade und wir brauchen hier diesen Upgrade-Cable-Driver-Ordner. Wir fangen dann an. Hier drin ist eine Exit-Datei. Da finden wir dann dieses Setup für die Treiber. Das werden wir einmal ausführen und dann installieren. Ich habe das bei mir schon installiert. Also ihr klickt doppelt drauf, führt es aus, folgt den Setup-Schritten. Und wenn die Treiber drauf sind, dann können wir im Prinzip auch schon die Anwendung selber starten. Das, was dabei ein bisschen knifflig ist, ist vielleicht im ersten Moment, weil das meiste davon auf chinesisch ist. Also in den Unterordner rein, hier Gimbal-Config. Und dann finden wir das Gimbal-Config-Tool, was wir dann einmal starten müssen. Da kommt eine kleine Sicherheitswarnung. Lässt sie nicht vermeiden, ist keine offizielle Microsoft-Anwendung. Also einmal zustimmen und den ganzen Krempel quasi starten. Sobald sich die Anwendung dann geöffnet hat, sieht der hier wunderschön alles chinesisch. Ist hervorragend. Man muss dann hier einmal draufklicken. Dann kommen weitere chinesische Schriftzeichen. Das Menü zeigt einem dann eine Option zur Auswahl. Da draufklicken, dann startet die Anwendung neu und ist in englischer Sprache. So, also einmal umgestellt hier. Einmal umgestellt. Chinesisch auf Englisch und wieder zurück. Wenn dann euer FTDI-Adapter angeschlossen ist und am Computer erkannt wurde, dann müsst ihr im Gerätemanager einmal schauen, welcher Comport zugewiesen wurde. In meinem Fall jetzt hier Com3. Dann wählen wir Com3 aus. Im nächsten Schritt mache ich jetzt im Prinzip am Gimbal schnell weiter. Stecke da den Adapter entsprechend ein für das Update. So wie ich es vorher am Kabel gezeigt habe. Und dann können wir die Firmware auswählen, die auch in diesem Installationsverzeichnis oder in diesem Download mit drin ist. Und ja, dann kann es eigentlich losgehen mit dem Update. Wichtig ist erst Stromversorgung für den Gimbal, dann die USB-Verbindung. So, dann können wir im Prinzip mit Openport die Verbindung herstellen. Ihr seht, der Gimbal zeigt da hier also auch Werte und Bewegung an. Wenn ich hier ein bisschen wattele, dann sieht man auch, dass die Kamera, die den Gimbal im Prinzip darstellt, sich mitbewegt. Genau. Soweit, so gut. Die Verbindung haben wir. Dann können wir jetzt die Gimbal-Firmware auswählen. Die ist dann in diesem Verzeichnis. Einmal öffnen. Und dann kann man sagen, Start Upgrade. Jetzt einen kurzen Moment geht aber alles relativ flott. Deswegen unterbreche ich das Video jetzt nicht und lasst euch hier kurz zuschauen. Okay, das war es im Grunde auch schon. Man kann jetzt hier nochmal sagen Openport. Kann, wenn man möchte, es ist aber nicht notwendig, nicht zwingend, einmal noch sagen Kalibrieren. Diese Meldung kommt gelegentlich. Ich habe noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Ich habe es auch schon zweimal hingekriegt, dass es auf Anhieb funktioniert hat. Naja, also nur als Hinweis, man kann es, man könnte ihn hier kalibrieren, ist aber wohl noch ein bisschen Baggi die Funktion. Zumindest bei mir. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen. Genau. Ja, das war es im Prinzip auch schon mit diesem Update. Ich blende euch gleich noch eine Übersicht zur Verkabelung ein. Diese Übersicht ist in ähnlicher Form in dem Download-Ordner enthalten. Ich habe sie noch um ein paar Informationen ergänzt. Ja, und dann würde ich sagen, gehe nochmal rüber an die Kamera und zeige euch jetzt, wie die Bewegung läuft. So, wie die meisten von euch ja wahrscheinlich wissen, wird der VTX ziemlich heiß. Deswegen muss ich jetzt leider ein bisschen Lüfter anmachen. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Ich habe mir hier für meinen Test so einen kleinen Akku geschnappt. Ich schließe da einmal den VTX an. Und schließe einmal den Gimbal an. Den Gimbal und die Stromversorgung habe ich hier über so einen kleinen Schalter realisiert. So, man sieht, da hat sie schon bewegt. Und wenn jetzt der Gimbal und der VTX gekoppelt sind, dann funktioniert das im Prinzip direkt schon. Ihr seht jetzt, der hat jetzt irgendeine komische Position eingenommen. Wenn das der Fall ist, nicht wundern, dreimal seitlich auf den Zurück-Button an der Goggle drücken. Und er richtet sich einmal auf null Position aus. Ich muss hier mal noch gucken, dass das mit der Fühlung besser klappt. Und dann, Brille ist verbunden. Also, der VTX ist gebunden mit der Goggle L. Keine weiteren Kabel, keine Magie. Und ihr seht das schon. Ich bewege die Brille. Und der Gimbal folgt den Bewegungen. Also, soweit kein Hexenwerk. Schade, dass es nicht besser kommuniziert wurde bei Caddix. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass dieser kleine Hinweis und die kurze Erklärung und Übersicht in meinem Video euch weiterhilft, falls ihr dasselbe Problem habt und euch wundert, dass ihr keine Bewegung vom Gimbal habt. Also, erst updaten. Und dann Spaß beim Fliegen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.